Ach genau, das war... Jetzt weiß ich wieder was ich bauen wollte. Was? Das Teil... Also... Das Teil? LoL, was baust du da grad ab? Ach lehm. Äh, wo sind unsere Rohstoffe drin? Noch nirgends, ich muss jetzt ne neue Küste machen erstmal. Ja, dann mach eine. Soll ich die Redstones als Block lassen, oder? Können wir ja am Anfang lassen. Machst du mal kurz ne Truhe? Ich hab kein Holz. Ich mach... Oh lol, zwei Spawner nebeneinander. Oh mein Gott, wie krass. Huch. Da kommen ganze Rohstoffe. Noch nicht, kein Fleisch. Soll ich das hier? Guck mal. Warte, das da. Ja. Binnen lassen? Nee. Okay. Wir brauchen mehr Öfen. Ach, was kommen die Kürbisse da rein? Die Kürbisse immer irgendwo hier. Ich tu da jetzt mal alles rein. Warte, ich hab noch einen Ofen. Von aus der Höhle. Äh? Von aus der Höhle. Perfektes Deutsch. Da war glaub auch noch einer drin, ja. Und alle sind voll mit meinen Ressourcen. Musst du halt warten, bis er leer ist. Naja, kein Ding. Aber jetzt brauch ich mal erst wieder Äckste. Haben wir eigentlich den Timber-Mod drauf? Nee, da ist gar nichts drauf hier. Schade. Without Plugins. Scheiße, wir haben keine normalen Pilze, gell? Ne. Äh, lol. Hast du dir schon ein Bett rausgenommen? Nein. Lol, wir haben nur noch ein Bett. Wo sind die Betten? Ich hab hier eins. Fail. Hast du Holz? Ja. Gib mir mal drei Holz, bitte. Oder so. Rauscht's bei euch? Bei uns? Nee, nicht loslich. Äh. Ja, super. Oh Gott, ich hab mich grad übelst. Ja. Ja, also. Ich würd sagen, wir beenden hier, oder? Janis? Ja. Ein guter Zeitpunkt, um zum Ende zu kommen. Um Danke zu sagen. Ja. Um Danke zu sagen. Ja, das auch. Äh, dass ihr, ja, dass ihr zuschaut. Junge, das nennt mir hier die XP. Okay. So, gehört sich das auch. Ja, Gott, komm, das bissle XP, was ich da krieg. Oh, das macht's jetzt aus. Macht viel aus, ne, Spaß. Warum hab ich hier Holzbretter jetzt drin? Äh, das kommt da nicht hin, das kommt da hin. Ich kann wetten, die Farm, die reicht nicht mal ganz. Was? Meinsch? Ja. Was für eine Farm? Die, äh... Die Farm. Ne, äh, was ist denn das? Ne, Weizenfarm. Oh Gott. Ich hab keine... Ich hab bloß in Schimmer, was... Ich... Leul, mein Gott, kackt. Alter, was hat mir mein PC los? Okay. Beenden wir hier die Aufnahme. Warte, muss ich mal gucken. Mein Kind nicht. Janis, soll ich dir sagen, wie lange du bei der nächsten Aufnahme noch aufnehmen musst? Naja, sag mal. Etwa 30 Minuten. Nur. Ja, da warte, ähm... So lang ist das ja gar nicht. Das ist jetzt echt ne blöde Zeit grad. Ich muss nicht dann halb Stunden länger bleiben können. Egal, das passt. Jetzt... Warte, jetzt machen wir hier noch voll die... Hast du deine Rohstoffe schon alle weg? Alle im Öfen? Im Öfen? Im Öfen, ja. Okay. Also, beziehungsweise, ne, ich hab hier noch welche im Kino. Kiste rein. So. Was macht das da eigentlich da drinnen? Und das und das und das und das? Komm schon. Drei. Leck mich jetzt. Ich will das jetzt nicht in den einen Ofen noch rein klatschen. Okay, also. Auf jeden Fall. Wir sind gerüchtet für nächstes. Die nächste Session. Ja. Auf jeden Fall. Ach, da muss ja ich wieder aufnehmen. Ja, und da hinten ist auch gleich der Wald. Das heißt, wir haben es gar nicht weit zum Holz holen. Kein Problem, also. Stimmt, das ist ja ein Wald. Seit wann ist da ein Wald? Schon eine ganze Weile, Juli. Echt? Ja. Geht es, wenn ich hier die, die, äh, Inventory Tweaks anwende zum Sortieren? Mach halt. Ah, okay. Äh, weißt du, was ich jetzt mache? Ich glaube, ich mache hier jetzt das Portal hin. Ne, das würde ich weiter weg machen. Warum? Weil das doch immer so blöde Geräusche macht. Ja, dann klatsche ich das halt irgendwo. Ja, ich warte. Ne, das, das, das machst du jetzt, das machst du nicht jetzt, weil dann... Das macht schon hier hin. Okay. Hier, das sieht ja niemand. Doch, in der Aufnahme. Haha. Ja, klasse. Warte, wie hoch muss das nochmal sein? Drei. Genau. Stimmt. So. Jetzt müsst noch vier übrig haben. Ja, stimmt. So, die Öfen laufen. Oh mein Gott, bin ich... Dummheit. Alter, so viel Dummheit auf einem Haufen gibt es ja bloß bei mir. Und ich wollte doch nur das Portal... Warum was hast du gemacht? Ich wollte nur das Portal so hin einbauen, dass man es nicht gleich sieht. Aha. Und jetzt baust du es so offen hin. Mal wieder eine Logik. Ja. Wir haben keinen Feuerstein. Doch, natürlich. Na, das wäre ja ein bisschen peinlich. Hier, kein Feuerstein. Lol. Alina ist gegangen. Egal. Okay. Okay. Dann musst du gleich anziehen oder machen wir das nächste Folge? Äh, ich würde sagen, das machen wir nächste Folge. Okay. Und... Ja... Deine Verabschiedung. Tschüss. Ich bin so einfallsreich wie Jonas vorhin. Ja. Ne, äh, danke fürs Zuschauen. Äh... 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 Wir hoffen euch hat es gefallen. Ja, weil das wäre ein bisschen scheiße. Äh... Verbesserungsvorschläge nehmen wir gerne zu Herzen. Und... Ja... Nächste Aufnahme bin ich wieder drin. Oh je, das wird was. Oh, das wird was. Du musst erst... Du musst erst noch eine halbe Stunde. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Das wird lustig. Oh mein Gott. Ich setze das hier grad noch ein, weil ich hab keinen Bock das jetzt in meinem Inventar zu behalten. Mach das. Äh... Warum haben wir 60 Leitern? Weil ich die gemacht hab für das Ding, das ich da baue, für das hier, Co. Ach... Ach, für den Höhleneingang. Ja, dass wir dann hochklettern können und runter springen. Da machen wir dann so ein Wasserbecken hin. Würde ich jetzt mal so sagen. Egal. Und das wird jetzt schön vor sich hin. Ja, das ist dann bis nächstes Mal fertig. Genau. Also dann bis zum nächsten Mal. Sonnenaufgang. Juck. Bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss.